Böcke. Ja! Da brauche ich dir nicht. Das ist hier! HÄH! Was ist hierher?! Ich baue jedes Kohle ab. Mittlerweile nicht mehr. Das sind ja schon mit 96 Kohle, was wir da haben. Da oben.. Da oben ist hier, hier ist irgendwas. Hier! Aluminum. ich glaube wir haben die Höhle so ein bisschen der geräumt ach quatsch guckte sich jetzt gut weil das die vorwärts sie ich das besser sie zwar scheiße aus aber das ist das hier schon überall waren wo bist du überhaupt ich kann nicht überall rumgucken ich hab mich minimal erschrocken ich werde dich gerade da wo wir schon drei Millionen mal waren wo bist du überhaupt ich bin im Ausgang komm mal zurück ok warte darum äh etwas Kohle wo bist du hey wo bist du lang gelaufen ich geh mal zu dem zu dem äh Cobblestone Ding wo ich vorhin äh letzte Folge gebaut hab ja ok ähm dann muss ich jetzt da runter da bin ich jetzt dann muss ich da rum ah ich seh' dich ich bin hier ist noch Eisen ich werde mal hier entlang naja nein und dann werde ich hier lang und dann werde ich da warte mal zeuglich gerade selber verwirrt warte hier ist was hier ist was naja stimmt die Treppe die kenne ich oh Kürzlein hier ist Kohle in den in den Mann ein Kürzlein zunächst ist er Kürzlein sind Schweine er genauer war auch irgendwo noch eine Höhle das darf kommen nicht für ihn Nein. Ah ne, das Zuhause ist da hinten, ja ok. Komm nochmal kurz. Ich kann das nicht aufnehmen. Jetzt die Höhle nochmal. Pff, was schmeiß ich weg, was schmeiß ich weg? Ach, ein Gunpowder. Oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt bestimmt rumgelaufen? Ah, hier. Äh, wo? Wo? Wo ist die in die Höhle? Ah, hier, 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 hier. Hier. Oder? Zwar nicht die, wo ich gemeint hab, aber ja. Juhu! Hier ist Kopfer. Paddy? Paddy? Ja. Hi. Hast du den nicht gesehen? Nö. Ich hab Tin abgebaut. Da war... GRIPBAR! Da! Der hat jetzt alles weggesprengt, der Arschloch. Der Arschloch, Alter. Zum BEL! Wichtiges. Ich geh doch von außen. Ich hab' mal... Hey, Jo, was ist hier los? Ich hab' von Greenport! Viele! Leck mich doch da stehen, dass ich so vorbei... Äh. Prozent der Ländler im Bild 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 Schreinweilig nur was habe ich hier zehn nachdem ich aufnehmen denn es immer gut den Bauern noch mal für was hat er da liebte die Zündung an den Prozent okay aber kann man bitte noch mal gemacht eine Erdfarm gefunden da geht sogar noch weiter was hast du gefunden eine Erdfarm was wo bist du da draußen oder was nein ich bin drinnen immer noch und warum eine Erdfarm Look at my name da ganz viel Erde ist ja warte 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 kannst du du kannst du bestimmt frohes rohes Fleisch aufnehmen oder nein nicht mehr also ich kann es schon aufnehmen aber ja weil da vorne liegt halt noch Koppo rum deshalb und den Koppo kann ich hier nicht aufnehmen weg mach gleich jetzt kann ich ihn aufnehmen warum habe ich Gravel ich habe auch Gravel ich habe auch Gravel Gravel braucht keinen braucht niemand Sand noch mehr Sand ja so äh Clay wo bist du draußen ja ich habe Sand gefunden wow ich denke ich habe jetzt Clay wird hä komm schwimm hoch schwimm hoch schwimm hoch schwimm hoch schwimm hoch da hinten bist du da ist Clay da ist ein blauer Baum da ist ein blauer Baum schwimm hoch schwimm hoch schwimm yeah vielleicht wann gibt es blaue Bäume blaue mann ist ein take it in hex it in real life in real life weiß ich nicht kenn ich nicht was ist real life oh god das ist ein kackbrauner Baum ähm nein nur keine Ahnung wo du hin bist ich laufe einfach mal in eine Richtung ähm nicht zum Home da laufe ich auch nicht hin wir haben genau entgegengesetzt da laufe ich auch hin ich bin so in den Dschungel da sind Hühnchen ähm ja okay dann bist du da oben auf dem Berg oder nein ich bin unten im Dschungel mit Hühnchen äh hm ich stehe hier vor einem riesen Berg wo ein Dschungel drauf ist äh hat man eine Kursi Leute was ist mein Land äh minus 1 äh plus 1.041 und plus 1 äh plus 1.140 1.041 ja 1.041 wie weit bist denn du da reingelaufen bitte äh wieso denn weil ich bin bei so ein paar Blöcke war bei 940 und da fängt der Dschungel an äh ich bin über 1041 und 151 51 hey dann bist du ja an mir vorbeigelaufen h was das ist ah fuck mein Gott alter der hat damit nichts zu tun du bist echt an mir vorbeigelaufen hä du musst doch grad noch am Clay abbauen ja wie bist du so schnell ich bin unter dir ok du stehst bei mir in der Luft ja äh äh da bin ich schon lange nicht mehr ha 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 oh das war ein Schaf ups mh schaut aus wie ein Schwein ha 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 ich bin aber mit Absicht runtergesprungen ja 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 hätte ich auch gesagt an deiner Stelle oh la was ist da hinten Vulkan was ja aber cool bricht jetzt aus was ist was ist hier